Moin moin Leute, was geht's? Byron hier. Willkommen zu meinem ersten Vlog auf diesem Kanal. Ja, was wollte ich euch zeigen? Eigentlich ein bisschen so hier die Gaming-Ecke. Die werde ich euch nachher erstmal einblenden. Aber ich habe ein richtig geiles Spiel gekauft. Zelda. Für die Nintendo Switch. Leute, wer die Switch hat, gönnt euch auf jeden Fall. Dieses Game. Das sind so viele geile Sachen. Du kannst so unglaublich viel machen. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Videos raushauen. Auf diesem Kanal. Und Mario Kart 8 wird auch noch kommen. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, blenden wir mal die Grundtour ein. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Leute, wir sind heute im Hagebau unterwegs. Also auf ganz, also auf richtig krank, Leute. Sagen wir mal ehrlich. Das Holz, was wir bestellt haben für die Mittelinsel, die wir bei Miener Küche waren, ist natürlich nicht eingetroffen. Nicht komplett. Und das ist einfach nur kröchter. Das ist richtig kröchter. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Okay. Da zählte mir jemand von, das ist auf dem Lieferschein dann doch nicht, Digga. Und nur, nur Kacke. Aber naja, was soll's. Jetzt lässt den Kollegen noch kurz einen Zuschnitt machen. Und dann fahren wir nach Hause. Dann seht ihr den Aufbau. Und dann fahren wir nach Hause. So, Leute. Tag 2. Ich hab noch ein bisschen in der Küche weitergemacht. Allerdings hab ich jetzt leider gar keine Zeit, um dann noch ein bisschen, ein paar Sachen zu verfeinern. So, ne, wie ich's ausmessen. Nochmal ein paar Winkel dran kleben. Na, an die ganzen Ecken. Damit das auch geil aussieht. Es wird auch noch mit RAD verkleidet. Die ganze, die ganze Mittelinsel. Alle. Ich muss jetzt zum Geburtstag. Leute. Das darf ich nicht vergessen. Da muss ich jetzt direkt hin. Weil, ist schon nach 12. Und ich hab gesagt, ich komm so zwischen 12 und 1 Uhr. Ich hab aber allerdings noch ne, ja, Fahrt von mir. Ein bisschen. Bis nach Düsseldorf. Und, äh, ja, Leute. Nehmen wir euch da ganz einfach mal mit. Ja, moin, Leute. Wieder zu Hause. Äh, sorry nochmal, dass ich euch keine Aufnahmen liefern kann von der, äh, Geburtstagsfeier. Aber, äh, ich hatte mal ne Kamera dabei. Da hab ich sie angemacht. Wie man's kennt, leider. Dann direkt Akku leer. Ich hatte da keinen zweiten dabei. War ein bisschen scheiße. Aber naja, was soll's. Ich werd jetzt noch hier ein bisschen Overwatch zocken. Und, ähm, ja, ich kann euch ja dann ein paar Highlights in die, äh, nach dem Video ein bisschen einblenden. Könnt ihr so ein bisschen gucken. Hm, hab ich jemals vergessen? Ja, Leute. Wenn ihr, Leute, wenn ihr Ideen habt, wie wir Vlogs weiterhin gestalten können, ne, lasst es auf jeden Fall in die Kommentare da. Ne, da haben wir dann richtig Bock da drauf. Na, ich persönlich hab da auch richtig Bock da drauf, mit euch da was daraus zu machen. Und, äh, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und, gucken. Vielleicht kommt ja auch dernächst wieder ein Gewinnspiel. War nicht ne gute Idee. Ich glaub, das mach ich. Ja. Mach mal auf jeden Fall ein Gewinnspiel, Leute. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und, passt auf, Leute, passt auf. Wenn ihr weitere Ideen habt, schreibt es bitte in die Kommentare, welche Challenges wir machen können. Ne, falls jemand Bock hat, irgendwie, äh, was weiß ich, keine Ahnung, oder Pranks oder sonst irgendwas. Leute, lasst es auf jeden Fall, lasst es mich wissen. Ne, ich hab Bock da drauf. Ich hab richtig Bock da drauf. Ne. Und, ja, Leute, macht es gut. Haut da rein. Ciao. Das ist eure gerechte Stadt. Und, ja, Leute, macht es gut. Und, ja, Leute, macht es gut.